Hallo Sammlerfreunde! Herzlich Willkommen zu Fantastic Toys & Merchandise. Herzlich Willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr, im Jahr 2013. Das vierte Jahr bei Fantastic Toys & Merchandise geht zu Ende und ich begebe mich in meinen wohlverdienten Jahresurlaub. Ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich für dieses Jahr bedanken, dass ihr uns wieder die Treue gehalten habt und dass wir euch auch immer eine gute Sendung präsentieren konnten. Wir sehen uns wieder Ende Januar. Während ich mit meiner Frau nach Südostasien abtuckere und den Sommer genieße, wacht meine Familie hier über die Schätze. Besser gesagt zu Hause. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gesund wieder und wie auch immer und naja, was bleibt noch zu sagen, hier ist es wahnsinnig kalt und ich hoffe, dass im neuen Jahr alles mit der neuen Kamera klappt. Also in diesem Sinne, macht's gut!